Die Siebendächer Baugenossenschaft aus Memmingen. Seit über 100 Jahren sorgen wir für gutes und sicheres Wohnen. Bauen bedeutet Gestaltung des Lebensraumes für die Menschen in unserer Stadt, wie sie es hier in der Zangmeisterpassage und in der neuen Schranne erleben können. Wir schaffen die Voraussetzung für lebenslanges und sicheres Wohnen in den eigenen vier Wänden zu fairen Preisen, egal ob als Mieter oder als Eigentümer. Wir bieten unsere ganze Erfahrung und Kompetenz in allen Bereichen rund um die Immobilie. Über 120 Wohnungseigentümergemeinschaften nehmen die Leistungen der Siebendächer Hausverwaltung in Anspruch. Wir errichten und verkaufen schlüsselfertige Eigentumswohnanlagen und Häuser und unser Immobilien-Service vermittelt, vermietet und verkauft erfolgreich auch Ihre Immobilie. Die Fachhandwerker unseres Hausmeisterdienstes übernehmen die Gartenpflege, den Reparaturservice und den Winterdienst bis hin zum 24-Stunden-Notdienst. Und als Besonderheit können die Mitglieder unserer Genossenschaft auch ihr Geld solide bei uns anlegen. Kurzum, ob Kunde oder Mitglied, Ihre Zufriedenheit ist uns ein großes Anliegen. Dafür stehen wir, Ihre Siebendächer Baugenossenschaft. Übrigens, wir bauen auch Häuser mit nur einem Dach. Sache, in Ordnung, wäre es ein wesentliches Anliegen-Service. Untertitelung des ZDF, 2020